Willkommen zurück zu Let's Play am nächsten Tag Das Kind Wir waren hier stehen geblieben Was ist los? Was ist los? Was ist los? Wow 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 Ja ihr seht richtig Überhandelt es sich um ein Gegner im Wasser Was ich gar nicht gut finde Wir brauchen das Buch So ähm wir sehen hier ist ein Hebel Das ganze funktioniert auf Zeit Man sieht das Viel sieht uns auch nur auf Bewegung Das heißt wir werden jetzt den Hebel umlegen Und dann ganz schnell weglaufen Hey 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 Geh drauf Typ ist's Es ist ein ist Eine Einde Da Er Oder Er Geschafft, geschafft Geschafft, geschafft, geschafft Sehr schön So, hier haben wir jetzt Leichenteile Die werfen wir einfach mal Oh, lecker, 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 lecker Lass mich hoch, lass mich hier drauf Danke, Öl Mit die Hand gerne mitnehmen Wo seid ihr, wo seid ihr, wo seid ihr Meine Freunde Meine Freunde, wo seid ihr denn Fresst das Ich bin schon dumm, jetzt hab ich das in den Gelockt Kacke ab, du kacke Lass mich hoch Verdammt Ich bin schon dumm, jetzt hab ich das in den Gelockt Ich benutze nochmal so einen Trank Verdammt, ich bin viel zu unvorsichtig, ey Nicht euer Ernst Nicht euer verdammter Ernst, ey Hohle Nadel Zum Öffnen des Schlosses, keine Frage Geh da drauf Meine Güte, ey Adios, mein Freund Auf in die Archivtunnel Etwas großes glitt an seinen Beinen entlang Und er fühlte, wie es von der Strömung des Monsters mitgesogen wurde Er drückte sich an die Oberfläche Hilfe, schrie er Und der Ozean verschlang ihn erneut Und der Ozean verschlägt